jo, herzlich willkommen zu diesem video und zwar richtig nice, richtig nice shit hier durchs voodoo erlad forum drauf gestoßen road redemption shop seite ist halt quasi so eine art road rush neues, wer road rush noch kennt ich mal man sieht es ja hier in dem video ja da kann man sich mal für 17,99 mal gönnen das ist bestimmt richtig geil und ja ich würde sagen wir probieren das einfach mal zusammen aus ich schalte hier mal um auf spiel hooking apparat da im obs schauen wir uns das mal an hier koppelt ihr belieben das geht jetzt ein fenster auf beim doppelklick road redemption spielen und dann kann ich noch an haken direkt x9 compatibility mode wozu auch immer ich klicke jetzt normal road redemption spielen hier installiert sich das natürlich erstmal das ist jetzt natürlich scheiß dämlich fürs video bisschen ungeplant hier so nach einer pause irgendwas zu laddeln aber gut was soll's ich will ja mit euch gemeinsam das erste mal rein gucken so das wäre glaube ich mal ein cooler einstieg hier für mein gaming kanal angezockt halt so mäßig ist bestimmt ein richtig cooles game freue mich da gerade richtig drauf ja ist ja schon mal nice ist das nun mal ein bisschen zurecht ziehen hier vorbei nein erstmal gucken also restart doch deutsch gibt es das ist cool ja gut dann hat sich das da gerade erledigt mit der einstellung bin ja auf 120 fps limitiert hier ist ja alles cool sound das war die mucke ein bisschen runter hier ach so ne so ja man muss ich das sicher halt doch für die auflösung das umstellen mal neu starten menü mäßig so mit musik ist das schon mal cool das gibt ein bisschen feeling ich habe gerade den titel von dem lied von dingens im kopf von roadrush damals ich das vor kurzem auch auf dem retro rechner installiert hatte halt so was ist jetzt hier los mit der fac wieso ist das jetzt hier auf ach du scheiße geht ja alles schief in diesem video das dürfte quitt sein ne gottes willen ey das fängt ja gut an hier ist diese menüsteuerung anscheinend jetzt nicht so intuitiv wie sie sein könnte aber das ding ist auch gerade erst aus dem early assess raus ist ja alles okay ich will mich ja nicht beschweren ist ja lösbar gewesen hier ne ja gut online beta okay das habe ich wohl geklickt klassisches quick play einfach eine spur und richtige fähren schauen machen wir mal klassisches quick play hier beitreten verbinden okay da kann man ein bisschen was frei spielen ich nehme die moppe hier die sieht gut aus geht das noch mit mehreren anscheinend oder wie muss ich doch kampagne machen na gut was soll das ach so ich muss mit la das menü ist nicht so cool chemis anfang aha ja meinetwegen strecke da oben ba 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 oh pfeiltasten oder was jetzt hier ne w a s d ok was war das mit space gedrückt halten achso dann bremst da wie kann ich achso einfach mit der maustaste klicken ok rechte maustaste ist nach rechts ausholen linke nach links bullen am start ja geil das ist ja tatsächlich ein road rush für heute von heute grade wie geil ist das denn ich kack ab aaaa ua 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 uau ua 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 waa ua u 1 Ya ich habe den bullen vom socken hauen hier ua 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 uaa ua 8 Fetzt denn eine Ohr, ey! Ah, doppelt... Gas drücken ist dann hier mal so... Oh shit! Jo, hab ich gerade rausgefunden. Krass! Krass! Hmhm! Ja cooles Spiel auf jeden Fall! Keine Ahnung wie viel FPS ich gerade habe oder auch nicht, aber ich glaube das ist nicht so aufwendig. Ich glaube da auch auf Ubuntu Linux, typischerweise diese Spiele die brauchen gar nicht so krasse Rechner, meistens jedenfalls, die da auch so drauf laufen. Ich frage mich gerade wann dieses Rennen vorbei ist. Ich bin auf jeden Fall irgendwie erster. Ach da unten links, da sieht man wie lange man noch fahren müsste, ja. Das ist doch mal scheiß geil, oder? Das Geld ist ja gut angelegt, das gibt jede Menge Spaß. Das ist doch gar nicht. Cooles Spiel. Da könnte man vielleicht mal ein Let's Play zu machen, das werde ich mir noch mal überlegen. Schauen wir mal, aber das ist jetzt erstmal angezockt. Klassisches Quick Play, okay. Jo. Coole Sache. Retro auf neuem Grafikniveau, das ist cool. Bis dann Leute, bis denn! Gut, das sieht man jetzt schon. Gut, dann.